Hallo liebe Leute, da sind wir wieder hier mit LOL. Und heute haben wir mit dabei den Assreiter. Ja hallo, recht herzlich willkommen. Wunderbar. Und den Jukka. Hallo. Wunderbar. Ja und einen neuen Skin haben wir. Wir haben hier den Astronautenteam, wo habt ihr gesehen vielleicht? Oder werdet ihr noch sehen? Und der Assreiter? Spiel mit neuem Charakter. Schlimmerweise. Ach, wird schon werden. Irgendwie kriegen wir das schon hin, denke ich auch. Mal gucken, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ach so, da unten geht's lang, oder wie? Ja, werden wir mal gucken. Ach, irgendwo muss hier ein Laden sein, ne? Den muss ich auch noch aufsuchen. Oh je. Ist auch da oben in dem Ding. Angriffschaden. Ja, ich glaube, das fangen wir mal mit an. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ach, hat man hier von Anfang an etwas mehr Geld? Ja, ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel. Und aber 850 ist es wohl. Ja. Habe ich das jetzt nicht gekauft? Sonst hast du nur 500, glaube ich, ne? Du musst näher an den Job ran, glaube ich. Ach, das kann sein, dass ich nicht so weit leck bin. Ja, das kann wohl sein, ja. Auf ein neues. Ich merke gerade, dass ich kleine Tonprobleme habe. Ich hoffe, das legt sich gleich. Aber wenn, ist auch egal. Hauptsache, man versteht mich und den Dirner und den, ja... Jetzt weiß ich nicht mehr. Jukaha. Jukaha, meine Güte. Ach, das Gedächtnis ist etwas schwierig. Gut. Wir sind schon mal in der Richtung, ne? Ja. Und der Jukaha ist heute auch nicht wirklich Jukaha. Er ist nämlich Jukaha. Oh, hier geht es jetzt runter. Da kommen ja schon ganz viele. Warum? Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert mit der Tristana, die ja auch ein Yordle ist, auf jeden Fall. Ach, yo, wir sind zum ersten Mal alle Jukes, sind nur drei. Guck mal an, ja. Und, äh, ja. Du kannst weitergehen, ne? Ja. Juts. Ah, jetzt muss ich doch weg, glaube. Oh, sieht gerade nicht gut aus und schon wieder das erste Mal gestorben, alles klar. Schade. Kann ich schon mit kaufen, weiß, da müssen wir hin. Ne, das war unterbroich. Funktioniert noch nicht. Was, lieber hin und? Okay. Das wird ein Spaß. Ja, mit mir wird das immer ein Spaß. So, wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen was hinkriegen heute. Das sieht irgendwie nicht so gut aus gerade. Das nekt ihr. So, jetzt muss ich nur mal einen Satz machen, oder so. Jetzt muss ich schon wieder weg. Oh, 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 oh. Und das nächste Mal gestorben. Ui. Ah. So ein Shit aber auch. Ja. Nehmen wir das mal bei. Gucken, ob es besser wird. So, ich muss mal hier hinauf. Wie sieht's oben aus? Ja, nicht berauschend. Auch nicht berauschend. Oh, ich bin noch gar nicht da. Okay. Der Heisenhaller. Okay, die sind Spreng, den muss ich noch lernen wahrscheinlich. Aber noch Sprengladung, hört sich auch gut an, ne? Ah, super, das war wieder nix. Schon wieder gestorben. Das, was ich am besten kann, sterben. Ah, 387, okay, da kommen vielleicht die 400, dann nehmen wir die noch mit. Sehr schön. Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch. Ja, aber komm mal schnell hoch, du. Haben wir die alle drei oben, oder was? Ich boxe mir die Hand. Okay. Komm schon. Na, 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 na. Okay, er hat geflasht. Nein. So, jetzt gibt's Pilze, Junge, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei, okay. So gut wie ich noch nicht gelevelt. Braucht ihr da oben Hilfe, oder? Na, ich bin bestimmt keine Hilfe, ne? So gesagt, hör mal, das heißt, Junge, ja. Okay. Ui, 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 ui. Haben den Gegner aber ein Stück zurückgeschlagen, wir sind jetzt an seinem Turm mal endlich am Kämpfen, das ist ja schon mal was, ne? Und schon wieder tot, aber der Gegner kriegt da auch einen kleinen... kleinen... Achso, hier unten muss ich hin, ne? Obwohl, ich bin ja schon. Okay. Ja, wir versuchen gerade, irgendwie die Situation noch zu retten, aber leider ist der Turm dabei draufgegangen. Von oben kommt noch einer. Ah, ich muss gar nicht. Oh, ich muss mal schnell zurück. Hier kann man sich doch auch wieder aufladen, ne, oder? Sah jetzt nicht so gut aus. Sah jetzt nicht so gut aus. So. Shop würde gehen, aber bringt nix. Obwohl, ich könnte noch einen so ne... Heiltrank da mal grad kaufen. Kindred kommt hoch, glaub' ich. Gleich. Ich werde es gehen. Hier ist Kindred. Wo? Äh, hier bei uns im Jungle. Wow. Holst du die? Holst du die? Ja, aber ich hab keinen Mana, also... Hier ist die. Ja. 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 Ja, die ist weg. Oder? Komm, wir nehmen mal noch eine. Wow. Warte, ich kann sie Bock? Kann sie in die Wand, oder? Ah, hier kommt da auch einer. Oh, scheiße. In dem Ruibisch ist er. Hier kommt noch einer. Papa, kommst du nach oben mit? Nein. Oh, scheiße. Ja. Ja. Schade, war es nix, ne? Haben wir den Turm verloren, ne? Haben wir den Turm verloren? Wir haben den Turm verloren, ja. Den haben wir bei uns verloren, glaub' ich. Den haben wir bei uns verloren, glaub' ich. Der war auch nicht verloren. Ach, gut. Ja, ja. Läuft nicht, ne? Nicht so wirklich. Ja, ja. Oh. 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 Wir müssen Schaden kaufen, ne? Oh, ich muss den Schaden kaufen, ne? Ist. Gut. Und wieder tot, aber ich müsste auch noch diese Kombos lernen, mit dieser Figur, das ist klar, mit dem Charakter. Hier ist irgendwie nichts zu holen für mich gerade. Ist etwas schlecht. Und ich bin schon wieder kaputt gegangen, mitten reingelaufen. Irgendwie war das voll doof. Kannst du auch mal runterkommen? Ja. Ach, da ist der Nexus, alles klar. Gott. Doch. Und hier müssen wir nicht vorgehen. So, es geht voran, aber wie weit? Oh, hier ist sie noch, hier ist noch eine, hier ist noch eine. Komm mal hoch. Komm mal, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, super, ich bin schon wieder tot. Schon wieder geschafft. Weiß du mal. Der ist gut. Die Tristana, die können so springen, ne? Das muss man erstmal irgendwie beherrschen, ne? Ja, ich habe das auch noch nie gemacht. Also springen kann ich schon, aber immerhin tot. Okay, okay, hier ist Kindred, Dad, hier ist Kindred. Muss weg. Okay. Komm schon, 15 Punkte noch, dann kriege ich den dann noch dazu. Und plus 25 Angriffschaden ist nicht schlecht, denke ich. Ja, genau so ist es. Sieht nicht so gut aus, grad für uns, ne? Aber wir arbeiten dran, dass es besser wird. Ich bin schon wieder eingetrunken auf den Todesstreifen. Ich mochte. Ich mochte. Hallo? Ah, nee. Kann ich den holen? Versuchen zu holen. So, jetzt haben wir denen mal ordentlich was gegeben. Aber Mundo ist auch noch da, ne? Komm schon. Ah, wieder nichts gewesen, außer einen Tod gesprungen, aber das lernen wir dann noch. Hol dir den auch noch. Ja, aber das Ulti an, da will ich jetzt nicht zu skieren. Das hat er so nicht mehr. Komm mal jetzt, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Hol ihn dir, hol ihn dir, bitte, hol ihn dir. Ja, er stirbt, oder? Nein. Das gibt's dir nicht, oder was? Die überleben immer so knapp, das kann nicht sein. Ja. Oh, die rappmen gerade den nächsten Turm bei uns ein. Unten. Mann. Ich schaff's nicht so schnell vor. Der ist kaputt. Ein Ding hat gefehlt. Na, ich komme mal runter. Gott. Oh, nee, ne? Weiß nicht, wenn ich E drücke, ist es glaube ich Selbstmord. War eigentlich ganz gut. So ein Shit aber auch, Mann. War immer denn hier noch so? Indul des hier. Ob ich die kriege, ist jetzt eine andere Frage, aber... Ja, kommt die, war die noch ab, ja, oder meins? Wollen wir das Tempo besser machen. Komm schon. Wir sind beide wieder hier. Ich lebe mich doch am Arsch. Runter. Mundo kommt von hinten. Mundo kommt von hinten. Hä? Nee. Komm ruhig. Oh nee, er ist hier. Oh nee, er ist hier. Nee, das ist nicht gut. Das ist nix gut. Na, ich hab da auch wieder keine Chance genommen und... Ich hab ihn angekratzt und er hat mich platt gemacht. Scheiße. Das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Okay. Oh ja. Auf geht's. Oh, was können wir denn kaufen, ne? Dowie. Und ich bin wieder drauf gegangen, aber... Ja. Mann. Tja. Entschuldigung, dass ich euch so in die Ohren gerustet habe. Was? Da ist noch ein Turm kaputt. Bei uns vor der Rost hier unten. So ein Shit. Stark, ne? Weil wir sind scheiße. Ja. Hätte ich mal Amomo genommen, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr angekratzt, glaube. Oh, das kommt wieder hier. Ja. Oh, fucken. Hätte nicht einen Leben verloren. Das läuft irgendwie alle so schief da dran. Shit. Oh shit, ey. Alter. Kann doch nicht sein, so ne Kacke ja auch. Alter nicht. Jo. Oh, jetzt ist der auch noch kaputt oder was? Mist. Ich glaube ich kann die Kindle da holen. Ist ja gar nicht so eine Pflicht. Oh. Okay, einen hab ich. Komm schon, den nächsten, den nächsten, den nächsten. Ja. Sauber. Sag nicht, ich hab den kaputt gemacht. Hm. Ich hab da einen Kille, ich weiß nicht wo das passiert ist. Ach shit. Ach shit. Jetzt sind wir alle drei hier oben, unten passiert aber auch was, ne, oder? Geh ich mal wieder runter. Naja, das ist das Falschste, was wir jetzt machen können. Wo ist die denn? Warum? Die geht da mittendurch irgendwo. Ja, weil nicht da jeder sieht und wenn die kommen, sind wir tot. Kommt aber niemand. Ja, ich, äh... Ich würd sagen doch. Oh shit, der ist wieder vor unserer Tür unten. Ich bin gestorben, aber der ist ja da. Oh shit, wir haben verloren. Ach was. Ja, wir haben tatsächlich verloren, ja. Ja, schade, ne? Ja, ich, äh... Sag mal, für mich reicht's jetzt grad nicht. Das war ja die Loser-Situation schlechthin, ne? Absolut nicht. Na, gut, okay, kann man nicht ändern. Okay, ich glaube, dirne macht immer noch eine Nachbesprechung, die ich jetzt nicht mache. Hä? Ne, du besprichst das immer nach, was da grad so gewesen ist und, äh... Heute nicht. Heute nicht. Ich mach das eigentlich vorne vorweg, aber diesmal schneid ich nachher noch mal hinten was dran, wenn ich mich davon erholt hab, was hier grad passiert ist. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ne? Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. An meine Zuschauer. Danke, ich auch. Und wir würden uns bestimmt freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei guckt und seht, wie wir wieder verlieren. Genau. Okay, bis dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.